Hallo liebe Leute und willkommen wieder bei einer sehr spä... Ich hab meinen eigenen Kopf in der Hand, das ist sehr merkwürdig, muss ich sagen, und verstört mich gerade ein klein wenig, wenn mein Charakter unter seinen eigenen Kopf fällt, irgendwie. Auf jeden Fall ist es heute sehr warm und ich begrüße euch wieder, danke fürs Einschalten, heute kommt wieder eine wahrscheinlich sehr späte Folge Bad Wars. Und heute, liebe Leute, ja, gucken wir mal, Leute, Lotterie. Danke wieder fürs Einschalten, danke für den Support auf die letzte wunderbare Folge. Und heute 557, das ist ja gar nichts, du, das schafft ihr ja locker flockig, oder? Daumen hoch, Kommentar, ich freu mich. Und damit willkommen, liebe Leute, in einer Runde Bad Wars. Nicht alleine, sondern wieder mit dem Faultier Ari, das irgendwo hier ist, ich hab keine Ahnung wo. Die Lichtverhältnisse in meinem Zimmer heute, es ist schon abends, es ist dunkel, Leute. Naja, ich hab nur eine Softbox, deswegen ist aktuell der Greenscreen hinter mir nicht optimal ausgeleuchtet. Das sieht man vielleicht hier, da wo mein Kopf jetzt gerade drin lang schrammt, seht ihr das? Ja, da ungefähr, man. Traurig, enttäuscht. Aktuell ist VW-Klassik ein großes Thema, so auch in meinem Leben. Und dementsprechend ist es leider ein bisschen Minecraft ausgefallen. Aber ich hab mich heute durchgerungen, mal wieder eine Folge Minecraft nur für euch zu machen. Das ist doch ein Like weg, oder? Ein Like wert, ja? Daumen hoch, Koppel, okay, sorry. Immer ausrastet, bei jeder Gleichkeit, ist doch ein Like wert, ja? Ich hab heute geatmet. Daumen hoch, wenn ihr auch geatmet habt. Favo, Abo. Favo, Abo, Mann. Das wär so nett. Atmen ist nämlich wichtig. Ja? Wer nicht atmet, der verliert. Sag ich immer so schön. Was ist mit den anderen Teamern? Teams? Ach, du bist nicht in die Mitte gekommen? Nö. Wusste ich nicht. Ja, musst du doch mit rechnen, bei dem Weg. Aber ist ja okay. Du bist halt ein Bad Wars Noob, das ist vollkommen okay, Ari. Da verzei ich dir das. Nicht jetzt noch fallen. Was hast du für Gold? Was hast du für Gold? Wie viel Gold hast du? Ach, warte. Erzähl mir, wie viel Gold du hast. Ari. Bist du das? Hast du gegessen? Ja. Einer ist über dir. Komm nach Hause. Komm. Komm nach Hause. Komm einfach nach Hause. Apropos Streaming. Was ich... Weil ja auch alle WoW-Klassik streamen. Am Sonntag. Ich werde am Sonntag... Woh, 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 woh. Ich glaube, ich anzukotzen. Das ist doch zum Kotzen hier. Woh, 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 woh. Äh. Ganz ruhig. Ähm. Was ruhig mir jetzt alles? Alles einmal. So. Ähm. Woh. Nice. Ja, ja, ja. Ja. Äh. Ja. Ich brauche noch die billige Rüstung. Ja. Hier, Ari, hier. Ich habe noch zwei Gold über. Oh, das ist aber schon cool. Ja, gönn dir, gönn dir, gönn dir alles, Bruder. Gönn dir alles. Bruder. Komm. Bruder. Bruder. Okay. Bruder? Ich werde am Sonntag, ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht, halt Sonntag, ist das der 1. September? Ähm. Da werde ich östwahrscheinlich, äh, Minecraft Lego wieder am Stream bauen. Auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung immer zu meinem Twitch-Kanal. Guckt da vorbei. Da gibt's nicen Stuff. So, da würde ich, äh, werde ich morgen am Sonntag Minecraft Lego bauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird super duper awesome. Gerne da. Everything is awesome. Wobei schon, wie viel Uhr ist mir noch nicht so klar. Vielleicht um 15 Uhr, das könnte sein. 15 Uhr ist eigentlich eine ganz schnuckelige Uhrzeit. Hier hast du noch ein Gold. Ja, 15 Uhr ist eine ganz schnuckelige Uhrzeit, finde ich, das kann man da machen. So, wir haben noch nichts getan. Äh, verteilst du die Base, während ich versuche... Aber, Sichi. ...eventuell vielleicht Rot zu töten oder so, I don't know. Wäre cool, wenn du halt wen killst, so... Ja, Grün ist, glaube ich, eine Bedrohung, weil Grün hat sich Gold gegönnt. Oh nein. Ja, frech, ne? Los, 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 los. Nimm mich erst mal an. Ah, ich bin oben in der Mitte. Gibt's da eigentlich auch was? Das weiß ich gar nicht. Könnte voll sein. Yo, was hat er denn für Hitzchen? Ja, Rot. Ja, Rot. Nice, komm, geh auch zu Grün-Rot. Das machst du super. Ich lass den auch... Ich lass den auch... Ich töte den Rot nicht. Warum? Der hilft mir. Das ist die erste Front. Der Rote. Liebe Leute. Ich darf nicht Gold holen, oder? Okay, nein, ich bleib hinten. Nein, ich... Okay, Grün ist eliminiert. Das war ausgezeichnet. Kann man sich gar nicht beschweren, Leute. Fühlt sich gut an. 13 Gold. Was holen wir denn da noch? Oh, eine Enderperle. Ausgezeichnet. Da können wir nachher zu den Blauen fliegen. Ja, zum Beispiel. Die bauen ja Fort Knox aktuell. Ich würde sagen, wir sammeln dann so viel Gold. Das ist der Plan, dass wir dann eine Gravity-Granate haben, um einfach alles zu vernichten. Ich glaube, guck mal nach. Ich bin mir da selber unsicher. Bei TNT müsste das... Ja. 14 Gold kosten die. Hm. Ich bräuchte noch einen Stärketrank eventuell, um Rot zu eliminieren. Also wir haben in der Basis noch 10 Gold. Ich geh gerade runter. Ich bin jetzt wieder in der Mitte. Und komme mit 3 Gold zurück. Es wäre schön, wenn du mir... Ja, es wäre schön, wenn du mir einen Stärketrank besorgen könntest. Soll ich ihn dir kaufen? Du kauf es, besorg es mir. Also den Stärketrank. Bitte schauen Sie in die Tür. So. Rot möchte zu uns. Rot möchte uns töten. Alarm, Alarm. Warum sollte Rot das tun? Alarm, Alarm. Naja, weil zu Blau keine Verbindung ist und wir Gold haben und weh, du gehst drauf. Naja, ich versuche tatsächlich zu überleben. So, ich habe eine Gold-Dings. Der ist halt dahinter, ne? Ja. Weh, du stirbst. Ehrlich. Komm jetzt ein Stück mit vor. Ohohoho. Du hast den in mir mit meinen Dings gekickt. Ich habe nicht mal den Hitsound gehört, weil der Hitsound noch von dir aktiv war. Das war gute Aktion. So, Leute. Damit. Ich habe den Roten einfach übersprungen. Ich bin einfach übergesprungen. Ich war ein richtiger Athlet. Ich war ein Sportler. Warte, ich kann ja dann mit dir mitnehmen. Nee, warte. Ari, ich möchte gerne heute in dieser Runde. Ja, ich möchte dich dabei haben als moralische Unterstützung. Aber ich darf nie mitkommen. Ich darf nur zu gut. Aber ich möchte gerne die Teams komplett alleine heute rasieren. Mir ist danach. Mir ist einfach danach. Ich habe heute einen guten Tag. Heute ist so mein Hey. Ich hoffe, du fällst jetzt runter. Heute möchte ich gerne die Teams. Oh Gott, pass auf, bitte. Der kann von oben auf dich drauf springen. Und dann bist du tot und das wäre nicht cool. Bitte, pass auf dich auch. Machen sie das. Ich komme, Rot. Ich komme. Die Chunks laden bei mir gar nicht so weit. Achtung, hinter dir. Baut das Bett ab. Ja, ja, ja. Ah, ist das schön. So, Leute. Das passiert, wenn man sich mit einem Krieger anlegt. Ja? Die ultimative Vernichtung. Ich habe dir auf unseren Weg ein bisschen Gold gelegt. Musst du mich gerade noch einmal kurz im WoW bewegen? Wenn ich nicht auf K-Gefleckt werde und nicht in die Warteschlange komme. Ja, sicher. Ich bin doch nicht in die Warteschlange gekommen. Professionell, Minister. Au. Aua. O-I-O-O-A. Ja, ich habe 8 Gold. Reicht das schon für eine Gravity-Granate? Nee, du brauchst 14. Blau hat echt viel gebaut. Ja, aber ich habe 14 Gold. Haben wir in der Base nicht noch 14 Gold oder so? Äh, ich glaube 3 oder so. Brauchst du mir schon einen Weg? Ja. Aber du bist so nett. Ich werde von hinten engagieren, ne? So, dass ich aufs Dach komme. Ich werfe von hinten die Granate rein. Und dann macht es Boom. Und alles explodiert. Kannst du mir noch Blöcke mitbringen? Das wird super. Aber eigentlich bin ich nah genug dran. Also ich würde auch einfach auf sie drauf springen jetzt. Ja, Ari, aber ich habe gesagt, ich möchte die heute vernichten, ja? Kann ich? Ich habe heute meinen Vernichterteil. Du bist meine moralische Unterstützung. Du beobachtest das. Du bist meine Späherin. Muss man noch at all schreiben? Ja. At all steht auch im Chat. Siehst du das, at all? So musst du das machen. So und nicht anders. So, ich bin auf jeden Fall da. La, 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 la. Boah, ich bin fast runtergefallen, ne? Hier, warte. Ich gebe dir mal Blöcke ab. Hier, ein bisschen. Bam, 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 bam. So, mein Stärketrank ist nicht mehr aktiv. Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber ich springe dann von vorne drauf. Ich dachte eigentlich, du wirfst von hier die Gravity-Granate rein. Nee. So, Leute. Feuer. 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 Feuer., Feuer, 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 Feuer. Oh, alles leckt bei mir. Nein, ich bin down Die kriegen mich auch down Ich bin gestorben Pass auf, wir jetzt nutzen die ihren Weg Und killen uns Ich geh schon mal Richtung Mitte Einfach zum Verteidigen Die sind voll im Talent, Alter Wir haben uns jetzt die ganze Arbeit Einen hab ich Beide Leute, ich hab die ganze Runde Geclared, ich hab beide Teams Geholt Man musste nur genug Gold haben Ich hab einfach alle drei Teams Zerstört Ehrenlos Schreibt er Ja, weil ich eure ganze Base zerstört habe Zerstört habe ich euch Zerstört Versteht ihr das? Ich hab sie zerstört, Leute Was hast du? Vernichtet Leute, das war eine Runde Bedwars Mit Ariels moralischer Unterstützung Ich habe Drei Mal zweier Teams Komplett hoch Genommen Aber so muss das auch sein Ich erwarte Daumen hoch Kommentar für diese Grandiose Powerleistung Und wir gucken noch mal Was wir aus unserer Gormadi Lootbox Heute So bekommen Einen schwarz-weißen Hasen Ich hab einen Traumgefleckten Hasen Den will ich aber gar nicht Ich mach noch ne Lootbox Komm Oh nein Ich wollte doch das Maurer Dann halt das Diebeskit In der Game Danke fürs Zusehen Daumen hoch Kommentar Ja Tschüss Ich hab gewartet Dass du auch mal was sagst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss